So Leute, da bin ich jetzt mal gespannt, ob es wirklich das letzte war. Also das vorletzte, ob jetzt das letzte Level kommt. Das würde mich doch interessieren. Großer Tiki macht Terror. Ich glaube, na, für den habe ich kein Geld, um mir jetzt Trank zu holen. Ist egal, wir machen jetzt. Ich brauche dafür keinen Trank, der wird jetzt original so gemacht. Da bin ich ja gespannt, was auf mich zukommen wird. Und ich bin gespannt, ob es auch wirklich das letzte Level ist. Ich bin leicht aufgeregt. Und ich habe Didi nicht. Muss ich mir meinen Weg erst nach oben baten? Oh, bitte nicht. Doch. Ja, wunderbar. Diese Perspektive, die liebe ich. Die waren bei meinem verhunzten... Die waren bei meinem verhunzten Aufnahmen auch zu sehen. Und ich habe mich übelst drüber gefreut, weil die Perspektive, die erinnert mich an halt den klassischen Overhead-Shootern. Und ja, man kann natürlich auch ein bisschen mehr Gas geben, aber das mache ich jetzt hier. Und hier auch nochmal. Und da auch. Und hier nicht. Und ja. Wow, 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 wow. Bescheuert oder was? Ja, ja, ja. Immer schön von hinten kommen. Das hat man gerne. Wow, fuck. Ja, 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 soweit so gut. Kein Speicherschwein in Sicht. Gefällt mir schon mal nicht. Ha, kleines Gedicht für euch. Ja, wow, da gab es bestimmt Puzzleteile, die hat man jetzt alle eingesammelt. Oh, ich muss mich ein wenig konzentrieren. Ja, und wir sind oben. Wehe, ich muss den ganzen Weg nachher nochmal machen. Okay, was passiert jetzt? Das ist alles wegen Bananen. Yay, Bananen! Wir haben zwar über 50 Millionen auf dem Weg hierhin eingesammelt, aber da liegen vielleicht 300 oder so. Und, boah, die riechen ganz besonders toll. Oh nein, alle, die verprügelt haben, sind da. Jetzt gibt es Plak. Oh, 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 oh. Ah, der große Tiki, Terrormeister. Okay. Okay, Leute, was lehren wir daraus? Bananen machen euch böse und verleihen euch böse Kräfte. Bananensaft! Cool. Ich glaube, ich muss heute nochmal einkaufen gehen. Ich habe irgendwie auch voll Bock auf Bananensaft bekommen gerade. Ja, und jetzt? Okay. Oh, abgefahren. Okay. Gut. Du willst aufs Maul, dann kriegst du... Boah. Was? Was war das? Hallo? What the fuck? Wie schnell ist der? Boah, keine Zeit zum reagieren. Fuck. Bams. Ja, und jetzt? 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 Was ist jetzt? Boah. Okay. Ha. Das hat funktioniert. Boah, weh, ich musste das jetzt wieder von vorne machen. Nein, muss ich nicht. Geil. Aber ich bin allein. Ich bin allein. Wie kacke. Hammer, wie kacke ist das denn bitte? Ich bin allein. Okay. Okay. Was ist ein Schwachsinn. Nein, mein Herz. Was jetzt? Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Was hast du vor? Hallo? Hey. Ja. Boah, ich wollte doch... Du fucknase. Du fucknase. Bämse. Bämse. Yeah. Ja. Ja. Mit einer Hand wichst dich besser. Hä? Du Sack. Ich weiß auch nicht, was die Aussage jetzt gerade soll. Oder sollte. Fuck you. Du Wichser, meint er. Versucht mich mit dem Herz zu locken. Boah, eine Finte gezogen. Das findest du lustig, ne? Du Wichser! Boah, was? Du kranches Stück Affenkacke. Ich hau dir die Fresse so kaputt, Alter. Glaub mal. Fuck. Der Zone 2 gleich Null. Wieso bin ich... Wieso wollt ihr nicht rollen, denn? Ich hasse das. Schüttel die Remote, um zu rollen. Wenn sie nicht funktioniert, ist ja nicht unser Problem. Los, schlag zu, du Penner. Fuck. Kann ich überhaupt so hoch springen für? Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Was ist das? Und das ohne Didi? Boah, heftig. Ich glaube, ich muss das Level doch gleich nochmal von vorne machen, ey. So wie ich mich gerade anstelle, ey. Ey, den kann man doch nicht ausweichen. What the fuck? Lass mal so'n Herz rüberwachsen, Alter. Ja, jetzt bin ich geklickt. Schön. Wie soll ich dem ausweichen? Hallo. Toll, jetzt häng ich wieder bestimmt über ne halbe Stunde an dem Penner hier. Meine Fris. Fick dich. Level verlassen. Ja. Okay, Leute. Ich mach hier jetzt erstmal einen Cut. Ich werd jetzt Münzen sammeln gehen, mir einen dämlichen Trank holen. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Oder so.